Heute sprechen wir über die besten Tintenstrahldrucker. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich Links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Tintenstrahldrucker. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5 Epson Expression Home XB245 Ein weiteres entscheidendes Merkmal guter Tintenstrahldrucker ist, dass sie sowohl auf Bilderpapier, matt und glänzend, als auch auf Normalpapier einwandfrei drucken. Epson Tintenstrahldrucker bieten einen einzigartigen Druckkopf mit Mikropizzo TM Technologie, der erwähnt werden sollte. Jedes Dokument oder Foto wird auf diese Weise ohne Qualitätsverlust gedruckt. Die Druckqualität ist durchweg hervorragend. Der Druckkopf ist auch gut konstruiert, was zu einem Druckkopf führt, der sowohl langlebig als auch zuverlässig ist. Claria Home Ink Tinten wurden ebenfalls aktualisiert. Nummer 4 HP Deskiert 2630 Multifunktionsdrucker Ein weiterer faszinierender Tintenstrahldrucker, den wir getestet haben, ist der HP Deskiert 2630. Dieser Tintenstrahldrucker kann eine Vielzahl von Aufgaben erledigen. Es verfügt auch über eine Wi-Fi-Verbindung, so dass Sie Daten wie Papiere oder Bilder von Ihrem Smartphone oder Tablet drucken können. Ein weiterer Vorteil dieses fantastischen Tintenstrahldruckers ist sein erschwinglicher Preis. Mit diesem Modell können Sie eine Vielzahl von Daten drahtlos drucken, der es über ein LAN-Modul verfügt. Mit der HP Print-App, verfügbar für iOS und Android, können Sie den Tintenstrahldrucker auch mühelos von Ihrem Smartphone oder Tablet aus einrichten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 Canon PIXMA TS 205 Möchten Sie einen hochwertigen Tintenstrahldrucker, der zuverlässig ist? Schauen Sie sich in diesem Fall dieses Canon-Modell an. Dieser Tintenstrahldrucker ist eine gute Wahl für alle, die einen kleinen Büro- oder Heimdrucker suchen, der sowohl kompakt als auch funktional ist. Die Masse dieses Modells betragen 42,6 x 25,5 x 13,1 cm und eignen sich somit für den Einsatz auf jedem bescheidenen Computertisch. Die Druckqualität dieses kompakten Tintenstrahldruckers ist mit einer Druckauflösung von bis zu 4800 x 1200 b vergleichbar mit die teureren Geräten. Nummer 2 HP Offizier 3831 Multifunktionsdrucker Wenn Sie im Büro häufig Papiere schannen oder drucken, ist dieser Tintenstrahldrucker-Typ eine Überlegung wert. Dieser kleine Tintenstrahldrucker ist ein 4-in-1-Gerät, das viel Platz auf Ihrem Computertisch spart und Ihnen eine sekundenschnelle Einrichtung ermöglicht. In Bezug auf die Druckauflösung hat der Tintenstrahldrucker einen Wert von 4800 x 1200 b, was als sehr hoch angesehen wird. Das bedeutet, dass der Inhalt auch bei kleiner Schrift gut lesbar ist. Und Fotos mit vielen kleinen Details werden schärfer und lebendiger. Zum Drucken verwendet der Tintenstrahldrucker einfach zwei Druckpatronen, schwarz und dreifarbig. Und die Nummer 1 unserer Liste Canon PIXMA TA8550 Dieser Tintenstrahldrucker-Typ ist eine Überlegung wert, wenn Sie ein Multifunktionsgerät für Ihr Zuhause oder Büro suchen. Dieser Tintenstrahldrucker verfügt über vier wesentliche Funktionen für den Umgang mit Textdokumenten, einen Drucker, einen Scanner, einen Kopierer und ein Faxgerät. Ein ingiertfiner Druckkörper mit einem nominalen Tropfenvolumen von 1 pl ist ebenfalls im Lieferumfang dieses Tintenstrahldruckers enthalten. Dadurch wird selbst der kleinste Text lesbar und verständlich.